Wir sind hier mitten in der Schweiz und fahren mit dem Kajak auf der Are von Thun nach Bern. Wir starten in Thun bei der Bahnstation Schwäbis. Hier ist auch die offizielle Einwasserungsstelle für Bötli. Weiter oben zu starten bringt nichts, weil es da einige Wehre gibt. Die Strecke von Thun nach Bern ist der beliebteste Flussabschnitt für Bötler in der ganzen Schweiz. Are Böteln ist einfach legendär. Entsprechend tummeln sich hier, speziell bei schönem Wetter, sehr viele Bötli, vom Schlauchboot über Kajaks bis zu den großen Rafts. Wir fahren bis nach Bern und beenden unsere Tour da mitten in der Stadt, an der offiziellen Auswasserungsstelle, direkt unterhalb vom Bundeshaus. Wir fahren bis zum Schlauchboot über Kajaks bis zum Schlauchboot über Kajak. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! UNTERTITELUNG 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 Spannungsvolle Musik Spannungsvolle Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.